Junge, ah ne, die geht nicht voll. Und damit ist hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC für 131. Wir fahren jetzt so nochmal Raceway Kurzstrecke, die letzten Rennen der Open Meisterschaft. Und wir haben uns für den Formula 1980 entschieden. Extrem geiles Ding. Unterschätzt. Ich sag, es ist für eine Katastrophe zu steuern, weil Hackantrieb und X909, aber... Wir gehen mal noch in Formel 1 Wagen und der fährt sich aber mal richtig nice. Hey, wer hat denn hier meine Kamera verstellt? Der zweite Gang ist so ein bisschen neuer. Aber sonst... Echt toll. So... Ja. Wie viele Runden sind's? Vier, ne? Immerhin. Uh, die Kurve ist fies. Natürlich, geht hoch. Hast kein Grid mehr hinten. Hackantrieb ist es jetzt natürlich immer super. Oh, die setzen sich ab, oder was? Wie hat er grad mal? Mensch. Warum, bitte? Ah, na. Mehr Speed. Ah! Was mach ich denn? Hö. Komm. Ja. Da haut's das 100er-Schild weg. Die sind jetzt schon. Das war's weg. Ferisch. Musik Oh, ein Freikfallerat! Aber haben wir noch, au Junge der Wagen, der sowas von hinten ey, ach du Kacke, der Wer hat denn das kaputt? Wir haben noch zwei Rennen vor uns, kein Ding, kein Ding, Junge, wir versenken die sowas von rein. Ich bin auch auf die nächste Mannschaft gespannt, da ist er auch wieder mit dem Radical, die fuhren sich ja nicht ganz so toll. Da muss man mal gucken. So, gucken wir mal. Laguna Seca, drei Runden, uh, ja die Kurve wird ja interessant, ja diese. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, komm, lass. Ja, genau. Drei Runden, diesmal nur, da müssen wir aufpassen. Nee. Nee, nicht schön. Tja, tja, tja. Ist er wieder belastend. Jetzt ist er wieder belastend. Oh, jetzt komm. Boah. Boah, easy. Kurve auch nochmal gut geschafft mit dem Wagen. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, war ja deutlich zu spät, na gut. War nochmal abgehoben mit dem Formular. Perfekt. Schöne Mucke auch am Start. Ich sag's euch, es ist ja wirklich ein tiptop Traum. Schöne X999, Meisterschaft. So, letztes Rennen hier. Wir haben gerade mal 10 Minuten rum, ey. Die Rennen gehen schnell, aber der Wagen ist auch flott und geil und easy, Junge. Danach nochmal zwei Folgen und dann haben wir schon die letzte, plus noch das eine lange Rennen. Also von mir aus. Gehen wir uns mal ein bisschen später noch auf. Machen wir auf jeden Fall noch durch, ne? Sei euch. Sag ich euch, so wie das ist, ne? So ist das halt. Aji, Moment. Ja, Porsche 119, warum nicht? Ja, okay, geil. Also, das meinten, könnten wir natürlich auch mal probieren. Wäre geil. Also, hätte ich Bock drauf. Andra 119. Und das letzte Rennen ist Maple Valley Raceway. Okay, drei Runden. Gesamtstrecke. Ganz easy weg. Ganz easy weg, Alter. Ganz easy. Oh, ja. Ach, na ja. Äh, äh, äh. Oh, der hat sich aber mal vollends rausgedreht. Ey, verpiss dich, weiß Ding. String. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich hab noch mal Nein, ich hab noch mal Nicht voll. Schade, mit dem Ford. Dieser Pickup da. Da konnte man den richtig geil Fullspeed fahren. Aber gut, da war man auch etwas langsamer. Ach du Scheiße. Ja, warum nicht 300? Ja, die Kurven sind fies, weil die so lang sind. Ja, gerade noch den Reifen entwischt. Junge Maps, lauft doch mal besser. Dass sie das Spiel halt nach so langer Zeit immer noch nicht richtig in den Griff gekriegt haben. Find ich schade. Aber richtiges Formel 1 Feeling. Also finde ich sehr schön. Auf die Kurven. Naja. Naja. Ja, das war schön. Oh, durch. 16 Minuten, ey. Easy. So, 65.000. Mensch. Bleibt noch eine Meisterschaft. Fesch, gib her, gib mir alles. Gib mir alles. Gib mir alles einfach nur. Genau. Und die kommende machen wir nämlich in der nächsten Folge. Da geht es nämlich weiter. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß. Dann. Und aktuell kann ich mir sagen, vielen Dank für euch, bis zu schauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.